Hey ihr Lieben, Flüster, Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Heute packen wir wieder gemeinsam die Trendbox aus. Sie liegt mir immer schon hier und das Thema der diesmaligen Box nennt sich Wanderlust und soll sich einfach alles um nachhaltiges Reisen drehen. Also Fairtrade, wie immer, vegan und ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen in die Box hineingesehen, weil ich sie schon so lange hier liegen habe. Aber es sind wirklich coole Produkte dabei. Ich werde euch jetzt auch noch verraten, wie die nächste Box heißt, weil ich das ja eigentlich immer erst am Schluss mache. Aber da schon ganz, ganz viele eingeschlafen sind oder vielleicht auch weggeschaltet haben und so, ja, wisst ihr den Namen schon und könnt euch schon darauf freuen. Denn die nächste Box nennt sich Lazy Sunday und das ist wieder auch sein Thema, das genau für mich passt. Und, ja, ich freue mich einfach jetzt schon auf die Box und alle Infos dazu findet ihr natürlich wieder unten in der Infobox wie immer. Ja, und jetzt starten wir mal. Als erstes kann mir hier schon so ein kleiner Folder entgehen. Und zwar ist der von Costa Rica. Das ist wirklich hier in der Infobox. Das ist wirklich hier in der Infobox. Das sollte ich mir dann später genau anziehen. Das sollte ich mir dann später genau anziehen. Meine Box würde ich davon erleben. Nee, ja, guttackt. Dankeschön. Hier sieht man das Thema. Wandelust, 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 Wandelust. Trend-Tipps. Nachhaltig reisen in Costa Rica. Bist du schon am überlegen, wohin deine nächste Reise gehen soll? Wir haben den ultimativen Tipp für alle Naturliebhaber und Entdeckerfreunde. Costa Rica. Egal ob Entspannung, Action, Naturerlebnis. In Costa Rica ist alles möglich. Das Land gilt als Paradebeispiel für grünen Tourismus. Bereits ein Viertel der Gesamtfläche des Landes steht unter Naturschutz und lokale Unternehmen verpflichten sich der Nachhaltigkeit. Die Natur wird als wesentlicher Teil des öffentlichen Lebens erkannt und dementsprechend geschützt. Ja, das heißt, der hier ist eine Hochfläche der Menschen in der Hitlergelegenheit. Da haben wir wiederみます. Und das ist so ein Jute-Reisebeutel. Ich zeig dir hier mein Frichtfeld und ein Gebirge an die Sterne und das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier steht Gym Bag, Abwandertour oder Citytrip. Das stylische Accessoire aus Bio-Baumwolle ist der perfekte Begleiter für deine Abenteuer. Und wir garantieren dir, es wird ein neuer Lieblingsreisebegleiter. Der ist ein echtes Unikat und kostet schon 34,90 Euro und wurde von Wern der Saar Himmler designt. Wow, sehr gut. Den werde ich definitiv benutzen. Oder benutzen. Viele sagen ja immer, ich sag das falsch, aber in Österreich sagen wir einfach so dazu. Ja, ja, ja. Nein, 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 sicher Quizfragen. Alles, was man über das Wandern wissen muss. Okay. Sehr cool. Damit könnten wir ja auch mal ein Video machen. Ich stelle euch die Fragen und ihr müsst sie beantworten, weil ihr darauf Lust habt. Und tut mir leid, meine Haare nerven mich heute schon den ganzen Tag. Wer viel unterwegs ist, muss leider auch manchmal warten. Das Quiz von Ars Edition sorgt mit 99 originellen Fragen für alle Bergsteiger und Wanderlustigen dafür, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Kostet 5 Euro. und ich sage es aber überhaupt nicht. Hier haben wir von Aichoko Expedition Jungle Bites dunkle Schokolade mit Erdmantel und Kakaoneppl. Die duftet schon zu reich halt. Und ich hoffe so, dass ich scharf bin bei der Kamera. Ich bin da gerade wieder ein bisschen beim Experimentieren, was die Welt, die Helligkeit und die Qualität belangt euch. Kommt dann nie so auf den richtigen Länder. Das ist sehr schön. Sehr schön. Man hat da wirklich diese Stückchen drinnen. Das ist eltsame, lecker und crunchy. Gefällt mir gut. Schokolade. Es gibt die Sorten Sunny Ormond und Jungle Bites. Sunny Ormond wäre glaube ich auch cool gewesen. Aber die ist halt auch sehr, sehr lecker und das ist auch noch. Und die kosten 1 Euro von 60. Ist eigentlich schon sehr teuer für so ein kleines Stück Schokolade. Aber wenn die Qualität stimmt. Okay. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was das ist. Das wird auch definitiv verwendet. Die ist ja schon noch ein bisschen eingerissen. Das ist nicht von mir. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Das ist eine Kakao Body Lotion. Sehr cool. Habe ich es noch nie gehabt. Mal schauen, für welchen Hauttyp sie ist. Hat schon mal ein sehr, sehr cooles Design finde ich. Das ist ja so. Die erinnert mich an irgendwas, das ist jetzt nicht so ein extremer Kakao-Geruch, nichts so was schweres. Aber ich glaube, das erinnert mich an dieses Eis, ich weiß nicht, so weißes Soft-Eins, das Vanilla. Das riecht total lecker. Sehr gut. Lotion, Kaffee, Kokos oder Kakao. Wer sich lange an der frischen Luft auffällt, muss seine Haut auch dementsprechend mit ausreichenden Nährstoffen versorgen. Dafür findest du in deiner Box entweder die drei Sorten von CMD, die, nein, von Body Lotion, von Avaire Squirt, oder ihre Haltige Hand und Gesichter von CMD, die hatte ich nicht. Avaire Squirt kostet 9,05 Euro, also die Body Lotion. Die Gesichtscreme hätte auch 9,05 Euro gekostet. Aber freue ich mich, Body Lotion kommt immer mit der Idee. Wenn ich aber so, dass ich hier scharf bin, ich weiß es nicht, verzeiht mir bitte, wenn die. Ja, das ist ein Reisgericht, schnelles Reisgericht oder einfach feinern mit frischen Zutaten. Das hab ich ja noch nie gesehen. Richtig cool. Darauf hätte ich jetzt echt richtig, richtig gelöst. Das sind zwei Sachen, da muss ich nachher gucken. Das ist ja Das ist Annette Drink all your rocking veggie. Cool. Ich muss erst mal einen Aufmachen. Wie Ulkig. Riecht natürlich jetzt noch nichts, aber ich glaube, das könnte cool sein. Okay. Trink die Pognon und Reis gericht gleich zwei Foodprodukte und zwei Foodprodukte von der Nature. Komm, Marnie, vereinfachen dir das Leben on the road, denn du musst nichts weiter tun, als heißes Wasser darüber zu gießen und einen Moment Geduld zu haben. Belohnt wirst du dann mit einem würzigen Reisgetränk und einem kulinarischen Reisgericht, das nicht nur einfach zuzubereiten ist, sondern auch schmeckt. Der Preis ist 4,48. Ich bin gespannt, wie das schmecken wird. Hier hat man nicht so viele. Hier haben wir von Dr. Bohners Bio Lavendel Hand Hygienespray. Fairtrade-zertifiziert. Antibagteriell und ich mag ja eigentlich nicht so gerne Lavendel. Ich spritze jetzt einfach mal so her. Okay. Das ist aber angenehm. Da ist der Lavendel-Geruch jetzt nicht so extrem. Ich glaube, das werde ich in meine Tasche geben. Ich glaube, das werde ich in meine Tasche geben. Hat man immer gebraucht. Genau. Mit dem veganen Bio-Handhygienespray von Dr. Bohners hast du auch unterwegs stets hochgepflegte Hände. Das Spray kommt ganz ohne Chemie aus und wirkt durch die spezielle Formel aus Bio-Ethanol und hochwertigem Lavendelöl. So bleibst du jederzeit frisch für den nächsten Händerdruck oder anstehendes Abenteuer. Kostet 6,99 Euro. Sehr gut. Darauf habe ich mich so gefreut. Nur allein wegen der Verpackung seht ihr, wie schön das ist. Schoko-Koffee habe ich hier. Lippenbalsam in Blumensamenpapier. Schoko-Koffee habe ich hier. Lippenbalsam in Blumensamenpapier. Habe ich auch so noch nie gesehen. Habe ich auch so noch nie gesehen. Okay. Nochmal. Säbe ich und eine Käffchen. lic. Ich hab die nachgerissen ... nach Kaffee und Kakao. Lecker. Gefällt mir richtig, richtig gut. Lippenpfleger sagt trockenen Lippen-Addy. Die Lippenpflegestifte von Philosophia Botanica stecken voll an pflegender Inhaltsstoffe und begeistern vor allem auch durch die Verpackung. Diese ist nicht nur vollständig recycelbar, sondern dafür gedacht, sie in die Erde zu pflanzen. Daraus wird zwar leider kein Baum, an dem Lippenpfleger wächst, aber dafür eine wunderschöne Blume. Okay, richtig, richtig cool. Kostet 3,99 Euro. Sehr cool. Hier haben wir knusprige Banane. 100% Obst, sonst nichts. Da sind eineinhalb Bananen drin. Sehen so aus. So aus. Bei vielen Bananenchips kennt man es ja so, dass die irgendwie dann so trocken oder hart sind, aber das wird so richtig, richtig lecker. Okay, Bananenchips, Paxwood, erstmal getrocknete Bananenchips entwickelt. Sie sind wirklich knusprig und ganz ohne Frattieren. 80% der Innenstoffe werden aus der Rohbanane erhalten und die kostet 2,30 Euro. Richtig richtig gut, schmeckt mir echt lecker. Hier haben wir eine Outdoor-Bauer-Creme mit Herstall, Bienenwachs und Zink. Schützt vor Wundreiben und Blasenmeldung und Hergestalt in Deutsch. Oh, die ist ganz hart. Wow, die riecht richtig stark und die ist auch ganz dick, seht ihr das? Okay. Ja, mal durchlesen. Die Outdoor-Creme von Iversit schützt deine Haut beim Wandern oder dem Mundwerden. Sie bildet eine Schutzbarriere zwischen deiner Kleidung und deinem Körper, damit du auch am nächsten Tag ohne Schmerzen weitermarschieren kannst. Oh, da gibt es noch eine Alternative, das Gletscher-Gel hat eine kühlende Wirkung, aber ich habe das Power-Gel und das kostet 3,95 Euro. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob ich das nochmal brauen würde. Ja. Ich bin gespannt, ob ich das nochmal brauen würde. Hier haben wir einen Protein-Power-Shake mit Fruchtpulver, 100 Gramm Aronia, Middelteile Bären und Erdbeams und Kuchen. Da muss man 200 bis 300 kaltes, Milliliter kaltes Wasser oder Milch dazugeben, gut schütteln oder aufwärmen. Okay. Das werde ich morgen gleich mal ausprobieren. Okay. Dein Protein-Power-Shake für unterwegs oder für deinen kleinen Hunger zwischendurch kostet. 100 Euro, klar, 1,67 Euro, ich bin halt schon ein bisschen Banane im Kopf. Und da gibt es auch eine vegane Alternative, die habe ich jetzt nicht. Einen Energy Ball von Carl Carlo mit Mandelhahn auf Geschmack. Wäre auch sicher sehr spannend gewesen. Aber, ja, darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Und dann sind wir hier in die nächsten Minuten. Beide ich euch 3 Minuten. Ich weiß nicht wie es schon auch, dass wir hier sind. H Zone, die in die Kommentare-Sirke-Sirke-Sirke-Sirke-Sirke-Sirke-D 1,7 L.M. 5,8 L.M. 10,8 L.M. 10,8 L.M. 3,8 L.M. Okay, hier haben wir eine arabische Küche Gewürzmischung. Was haben wir hier drin? Muscanus, Pöffer, Cayennan, Gewürz, Neigazim, Cardamom, Paprika, Chili. Sehr cool. Ich glaube, da wird sich mein Freund besonders freuen. Ja, Gewürzmischung, die Gewürzmischung von Lebensbaum bringt dir den Orient in die Küche, inspiriert von der typisch arabischen Mischung. Ein paar Arten, Sorgenwürze, wie Muscanus, Pfeffer, Koriander, Kumin, für eine süßlich scharfe Nudel. Wusstest du auch, dass Lebensbaum auf Forstungsprojekte im Norden Costa Ricas fördert? Das Unternehmen lässt dir einheimische Bäume pflanzen, um zahlreiche bedrohte Tierarten zu schützen. Sehr cool. Das Ganze kostet 2,99 Euro. Das Ganze kostet 3,99 Euro. Und last but not least. Das Ganze kostet 3,99 Euro. Das Ganze kostet 4,99 Euro. Das Ganze kostet 3,99 Euro. anderswo eure Huber nachhaltig entdecken ich habe schon gesehen, die kostet 7,50€ und da geht es um das nachhaltige Reisen das ganze drum herum das war es dann mit meiner Box im Oktober, nein im September also wer jetzt noch dabei ist und das wirklich so lange ausgehalten hat dann macht mir mal wieder einen Hashtag mit Hardcore Fan in die Kommentare aber das würde ich nicht interessieren dann bin ich echt ein bisschen durch den Wind aber ja, solche Tage gibt es auch ich wünsche euch jetzt eine ganz, ganz, ganz gute Nacht schlafen schön ihr Lieben und bis zum nächsten Video bis dann bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video